Wir wollen im Garten Pflanzen haben, die Insekten anlocken, die Insekten Pollen und Nektar zur Nahrung geben. Solche Pflanzen wollen wir in unserem Garten ansiedeln und wir möchten versuchen, diesen Garten vielfältig zu gestalten. Wildbienen, Hummeln, Käfer, alle sollen bei uns Nahrung im Garten finden. Wir wollen naturnahe Gärten und keine Schottergärten. Deshalb ist es gut, eine Vielfalt an Einheimischen und Bienen- und Insektenpflanzen in seinen Garten anzupflanzen. Und wir werden dann belohnt durch wunderschöne Schmetterlinge, Bienen, Käfer, die in unseren Garten kommen und denen wir dann auch Überlebenschancen bieten können. Machen Sie auch mit und pflanzt die Natur nahe Ihren Garten. Vielen Dank. Machen Sie auch mit dem Garten. Vielen Dank. Vielen Dank.